Bravo 6 Going Dark Target Down Ego 3-1 ist vor Ort Sichern jetzt den ersten Raum 3, 2, 1 Hier ist Ego 3-1 an Charlie 2 Kein Ziel Das Ziel ist anscheinend geflüchtet Ja Sollen wir uns auf den Weg zur Evakuierung fahren? Ja, super Gut Verstanden Machen wir uns auf den Weg zur Evakuierung Wir sagen Bescheid, falls es Feindliche Aktivitäten gibt Gut An alle Ecos Macht euch bereit zur Evakuierung Raus aus dem Haus Und sofort rein in den Heli Gut Gute Arbeit an alle Boah, Alter, ich kann nicht mehr Haaa Ich hab's ja nicht geschafft Junge Boah, aber das ist schwer Jetzt die Scheiße nochmal cutten, Alter Jo, da bin ich wieder Da ist der richtige Loop mal Wieder da Und ja, das was ihr gerade gesehen habt War so ein kleiner Trailer sozusagen Also so eine Art Trailer So ein Kurzfilm Ähm, wo Wieder ein bisschen So halt da Rad gespielt haben Oder Spezialein halt Und Das war halt dieser kleine Mini-Trailer Der Für Ähm MB3 Gedacht ist Also, das ist ein Trailer Für das neue CoD Ich bin natürlich Ich wurde natürlich nicht gesponsert Ich hatte einfach selber drauf Bock Weil ich mich richtig auf die Kampagne freue Und deswegen hoffe ich euch Das hat auch gefallen Ich weiß, es war jetzt 24 Sekunden Ne Eine Minute 24 Es war jetzt nicht großartig Aber ich wollte das jetzt Äh, auch nicht so lange strecken Ähm Tut mir leid, dass es auch noch alles im Hochformat ist Äh Erst hab ich halt geplant, dass das alles so ein Short-Video ist Aber das ist jetzt Über Äh Eine Minute lang Deswegen wird es wahrscheinlich kein Short-Video sein Gut Dann lagere ich jetzt nicht noch weiter rum Ich zeige euch noch die Outdoors Und Und Daran Äh Viel Spaß Okay Gut, gut, gut Warte Gut Wir müssen drängen hier die Scheiße So Okay Also wie gesagt Ich komm hier so rein Dann Genau Warte Das machen wir noch ein bisschen besser So Machen wir jetzt eine Probe Also wie gesagt Ich steh hier so Ich muss hier so stehen Genau Hier Dann Drei Zwei Warte Drei Zwei Warte Drei Dann Start Okay Warte Ich bleib mich bereit so Drei Zwei eins Warte Ich darf nicht in die Kamer Das ist immer das größte Problem Okay Drei Zwei Warte Zwei Marte eins zweitens. Aber ich bin fast auch gut. Na, Junge. An alle Bravos an. Ne, nochmal. An alle Echos. So, an alle, die sie jetzt gefragt haben, wie, oder mit welchem Stativ ich das Handy jetzt hier gehalten habe. Ganz einfach gesagt, ich habe hier so eine Lampe benutzt. Und dann das Handy mit Kleber hier herangemacht. Und das hier so. So, hier hat er herangemacht. Ja, super bescheuert. Ich weiß. Ja, super bescheuert.